Was ist die Wissenschaftsverlage? Es ist spannend und ich glaube, dass wir das mindestens jetzt beim Kaffee mit ein paar einzelnen Leuten noch weiter diskutieren. Wie war die Stimmung? Gab es irgendwelche Rückfragen, irgendwelche Erkenntnisse für dich? Ja, es gab viele Rückfragen, dafür, dass wir in einer relativ kleinen Gruppe waren, Sonntagmorgen um 10. Da habe ich mich sehr gefreut, dass sie sich alle beteiligt haben, viel zu sagen hatten. War schön.